Musik Kommander, Alcatala ist hier. Okay, ich sehe sie. Du fährst zum Sammelpunkt, wir sehen uns da. Ja, Ma'am. Kapitän, die Zeit ist reif. Roger, Landung in eins. Weg, Convoi ist unterwegs, das geht los. Er ist gang. Sind über der Landezone. Gut, bring ihn runter und warte. Gers, du bleibst im Heli zur Überwachung. Wir arbeiten uns vor. Roger. Ich schaffe euch Platz, holen wir Leswell. Hey, alter Mann! Farah, danke für die Hilfe. Wir haben einen gemeinsamen Feind. Und einen Freund in Not. Bereit? Alles bereit. Wir sehen uns auf der Straße. Alle Stationen. Wir sind unterwegs. Bestätigt. Verstanden. Nick! Grünes Licht! Achtung, es geht los. Punkt, check. Empfange. Check. Landt und deutlich. Der Alcatala-Konvoi hat uns passiert. Wir hängen uns an ihre Fersen. Bestätigt. Nick, nutze die Schlucht als Deckung. Sie haben nur eine Chance, Leswell zu retten. Und damit, wir kommen zu COD Modern Warfare 2. Alcatala hat sie in einem schwarzen SUV im vorderen Teil des Konvois. Haha, nur mehr Monyzonen holen. Dann sichern wir Leswell, bevor AQ die Grenze erreicht. Achtet auf eure Ziele. Auf der Straße sind auch Zivilisten. Ja, und wir wollen jetzt... Alter. Alle Einheiten! Feuer frei! Und wir wollen jetzt hier Leswell retten. Darf ich jetzt aufreden? Gut, ich helfe euch mal. Ich bin in die Luftunterstützung. Mir ist das laut, Alter. So, einfach von oben ballern. Baller, 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 baller. Oh, jawoll. Gut gemacht, Nikolai. Den kann ich sogar zugucken. Absicht, Kontakt. Entschuldigung. Erstmal... Erstmal ein bisschen von unserer Truppe fehlt. Ich verstehe gar nichts. Das ist alles so lau und Junge. Warte. Ich hab sie ausgeschaltet. Ist ja besser, hätten wir mir einen Sniper gegeben. Mit so einem Sturmgewehr komm ich gar nicht klar. Oh, scheiße. Ja, warte. Hab ihn. Nee, doch nicht. Jetzt. Easy ist das. Gut, Nikolai. Weiter, weiter. So, da vorne noch. Los, Leute. Jalla, jalla. Macht schon. Geil, dass Farah wieder da ist. Den hier hab ich echt schon vermisst. Was zum Teufel. Oh, fuck. Sie haben ja richtig krasse Ausrüstung hier. Paketen, gepanzerte Wagen. Also, Alcatala hat sich hier schon krass vorbereitet. Die Pisser sind gepanzert. Es ist nicht so einfach, um sich wegzupreien. Oh, fuck. Oh, nein, 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 nein. Verdammt. Scheiße. Oh, Junge. Alter, bin ich betrunken oder so? Oh, fuck, Alter. Ich muss gleich kotzen. Oh, Mann, Alter. Könnt ihr mich bitte hier rausholen? Ich will nach Hause. Okay, zumindest mach ich hier Schaden. Aber, Alter, Hilfe. Boah, mir wird wirklich ein bisschen schwindelig. Wow. Alles explodiert hier. Nick. Wie ist dein Status jetzt hier? Ich brauche Hilfe. Oh, Mann. Oh, da kann ich vielleicht runter. Okay. Na, komm, jetzt. Ab das Seil. Oh, Mann, ich bin frei. Übernehme ein Fahrzeug. Okay, warte. Ja, Konvoi hängt uns ab. Wir müssen uns beeilen. Und rauf auf das Fahrzeug. Allein, Handy. Jawohl. Ich habe ein Fahrzeug. Der Akku-Konvoi ist noch in Sicht. Verstanden, Gas. Sünde weiter die Herde aus und drängst du Lasswur vor. Yeah, wir können jetzt Fahrzeug fahren. Verstanden. Was ist deine Position? Wir holen auf. Sechs Ende. Oh, jawohl. Mein Auto ist direkt beschädigt. What the fuck? Okay, ich muss auf den Gegenverkehr aufpassen. Alter. Junge. Okay, nochmal. Alleinheiten. Ich habe ein Fahrzeug. Der Akku-Konvoi ist noch in Sicht. Verstanden, Gas. Sünde weiter die Herde aus und drängst du Lasswur vor. Am besten, wir bleiben bei der linken Seite. Äh, bei der rechten Seite. Verstanden. Was ist deine Position? Wir holen auf. Sechs Ende. Oh, mein Gott. Alles explodiert hier. So, warte. Deck mit euch. Gut. Hier kommen meine Warsonskates raus. Da, wo ich immer mit meinem Fahrzeug rumgefahren bin. Warte. Kann ich hier kapern? Nein. Scheiße. Ich wollte es versuchen. Ich wollte es wirklich versuchen. Oh, Mann. Okay, es hat zumindest gerecht gespeichert. Na gut, dann hier. Okay, es war besser. Ja, ich sehe sie. Ja, ich muss noch die wegknallen. Äh, schnell einsteigen. Okay. Oh, verdammt. Fahrers Freunde wurden gerade getroffen. Wir sind zum Kämpfen hier, Sergeant. Konzentrier dich auf den Feind und finde Lasswell. Das hast du Alex auch schon mal gesagt. Nick, das siehst du. LMG vor raus. Okay, warte. Ich kümmere mich darum. Weg ist er. Oh, ich will das Auto da haben. Das ist gepanzerte Fahrzeug. Ja, easy. Es ist nice hier, von Auto zu Auto zu springen. Um mal rauszukommen und zu schießen. Na, ihr geht nicht in Deckung. Komm, fahr, 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 fahr. Hey, was ist denn da? Da ist irgendwas explodiert. So, Scherben sind da explodiert. Gut, da ist noch ein Fass. Keine Sorge. Sie sind weg. Äh, äh. Äh. Ich glaube, hier ist irgendwas verpackt. Ihr lädt die Hälfte der Welt nicht. Ah, jetzt. Ich wollte schon sagen. Junge, warum lädt denn hier kaum was? Also, es liegt nicht an meinem PC. Ich werde mal nochmal gucken. Okay, es lag doch an mir. Verfolge den Konvoi nach Westen. Verstanden. Bleib an ihnen dran. Wir kommen zu dir. Ich hab die Gelände. Mann, darf ich auch mal reden? Ich hab die Geländespeicher auf Minimum gemacht. Kein Wunder, dass das kaum geladen hat. Machen wir ihnen Angst. Oh, scheiße. Oh, die machen eine Straßensperre. Halte nicht, Jungs. Ich bin ausgericht. Verstanden, Sascha. Achtung, auf der Straße. Wo die ist es los? Keine Sorge. Nikolai, ich hab uns gerettet. Wo ist denn der Rest, Alter? Und warum ist hier alles Schutt und Asche? Oh, fuck. Explodierte Autos. Was zur Hölle ist das? Akku setzt Minen auf der Straße ein. Minen? Das sind Zivilisten, Nick. Dafür wird Akku brennen. Ich bringe Streichhäuter mit. Minen von Osage. Oh, shit. Ich sehe sie. Okay. Meine Fast-Gates müssen jetzt hier ran. Oh. Na. Zack. Ein bisschen links und rechts fahren. Wo kommen diese Minen her? Keine Ahnung. Wow. Wow. Oh, scheiße. Okay. Ich fahr einfach hier außen. Was ist explodiert? Hilfe. Ist es hier die Hölle? Gott. Alter, ich bin einfach in der Hölle. Akku ist back. Zivilisten. Wir müssen diesen Truck ausschalten. Du nährst dich dem Lacken mit den Minen. Bestätigt. Warte. Ist gleich ausgeschaltet. Was zum Fick? Äh, okay. Das sind Zivilisten, Nick. Dafür wird Akku brennen. Minen von Osage. Ich bringe Streichhäuter mit. Oh, ja. Ich merke, Alter. Oh, warum heute mal ist alles so dunkel? Ich habe übrigens die Grafik ein bisschen runtergestellt. Also, auf Leistung. Also nicht von ihm. Oh, alles brennt. Scheiße. Wo kommen diese Minen her? Oh, fuck. Gott. Ja, ja. Ich sehe ihn. Nähe mich langsam. So, komm, 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 komm. Oh, nein. Nicht treffen lassen. Du triffst Zivilisten. Wir müssen diesen Truck ausschalten. Du nervst dich dem Lacken mit den Minen. Ja, ich bin gleich dran. Warte. Hab ihn. Das Minenproblem ist gelöst. Jawohl. Gut, ich kapere jetzt den Wagen. Oh, gerade noch so. Ich dachte schon, ich schaffe das nicht. Gibt's. Komm schon, Gas. Weiter vor. Wir dürfen Lass nicht in Schicht halten. Alle Einheiten. Was ist euer Status? Nicht schießen, Sergeant. Ich bin im Truck hinter dir und dabei zu überholen. Oh, hi. Bin gerade an der Straßensperre vorbei. Gas. Captain. Alcatala hat Verstärkung. Du brauchst mehr Feuerkraft. Hüpf rein, Sergeant. Los geht's. Okay. Schön, dich all wiederzusehen. Find den Granatwerfer. Warte. Schweres Kaliber, Captain. Was jetzt? Wir kommen Lass wohl näher. Also ändern Sie Ihre Taktik. Inwiefern? Wir haben Sie gejagt. Jetzt jagen Sie uns. Sollen Sie nur. Sollen Sie es versuchen. Da hinten. Das ist Pharah. Wir sind komplett. Bringen wir es zu Ende. Captain. Alcatala kommt uns entgegen. Sie versuchen uns einzukesseln. Das werden wir verhindern. Sie kommen. Pharah. Aufpassen. Gebs, greift Sie mit dem Pferd an. Ein bisschen heftiger zu sein. Bin dran. Direkter Treffer. Bitteschön. Guter Schuss. Und weg mit euch. Will noch jemand eine Rakete? Was haben wir hier? Oh, eine Sarkin. Die nehme ich auch mal mit. So, warte. Ich habe den auch gleich. Kurz nachladen. Hab ich. Fettes Fahrzeug. Ah, lad nach, lad nach. Und weg ist es. Hab ihn erwischt. Gut gemacht. Kommt da noch welche? Oh, scheiße. Straßensperre. Captain, der Kondro wiegt nach links ab. Wir nehmen eine Abkürzung zur Grenze. Verstanden, Nick. Bleib an ihm dran. Kommt noch welche. Ausschalten. Ah. Fahrrad, bleib dran. Sie haben mich übelst mitgenommen. Warte. Hinten ist frei. Nick, siehst du Leswolds Fahrzeug? Ja, Captain. Aber da sind jede Menge Al-Qadal-Azlischen los. Überlasst das uns. Verliere sie nicht, Nick. Sechs Ende. Apus' beste Soldaten bewachen Laswell. Wir kommen näher. Wir müssen uns verteilen. Gers, schnapp dir ein Fahrzeug. Wir greifen sie von allen Seiten an. Verstanden. Warte. Ich werde nur auf das Fahrzeug. Um näher, näher, näher. Das ist immer noch nicht nah genug. Übernimm ein anderes Fahrzeug, Gers. Wir müssen uns verteilen. Okay. Uah. Haps. So, weiter, Leute. Weiter. Wir haben es fast geschafft. Na, aus dem Weg mit euch. Äh. Jo. Alter. Okay, die querschen mit. So, da schießen noch welche. Aber nicht mehr lange. Gut. Weg ist freigeräumt. Junge, ist so viel los, Alter. Wie viel schleppen die hier? Oder was schleppen die hier überhaupt? So, da schießen noch welche. Hab ich. Na, da schießt noch einer. Nein. Kann das Fahrzeug hier mal weggehen? Gut. Aus dem Weg geräumt. Wann ist denn hier eigentlich immer Ende? Wir fahren hier so lange. Feindliche Rakete. Er hat dich anvisiert, Sergeant. Ja, ich sehe. Ah, fuck. Muss ein bisschen ausreichen. Warte. Hab ihn. Verstanden. Ich kappe ein anderes Fahrzeug. So. Oh, der klippt hier, Mann. Was sieht der? Guck mal, den hat in unser... Oh, kommt der euch an? Der Arme. Der wird weggeschoben. Verstanden, Nick. Wie ist der Akku an Bombendrohnen gekommen? Major Hassan. Ja, schon nur den Tipo. Ein Abel bis Sommer. Oh, ich sehe es. Ich sehe sie. Direkt vor uns. Schalte sie schnell aus, sonst sind wir geliefert. Ja, keine Sorge. Der Pilot erwischt. Guck mal, hier wird wieder kaum was geladen. Äh. Ich bin leicht dran. Wo ist denn der Typ, der die Bombendrohnen machen? Nein, verpiss sie doch mal. So. Achtung, feindlicher MTB vorrund. Hab ich ihn schon ausgeschaltet? Geh nach ran. Wenn du bereit bist, lenke ich das Feuer auf mich, damit du rüber kannst. Verstanden. Ich würde eigentlich das Fahrzeug da kapern, aber wollte er irgendwie nicht. Naja. Ich sehe ihn dort hinten. Ist das schon ein Panzerfahrzeug? Oh. Es hat mir anvisiert. Es hat ein Geschütz. Und es platziert Minus. Verdammter Mist. Weiter, Gers. Lass dich nicht treffen. Keine Sorge. Ich bin geschickt. Oh, scheiße. Ich bin gleich dran. Sergeant, du musst näher an diesen MTB ran. Oh, fuck. Sergeant, nimm ein neues Fahrzeug. Warte, warte. Ich bin in Position. Okay. Mach dich bereit. Jetzt, Sergeant. Steig auf den Entgelegen. Warte, warte, warte. Ich hätte mir schon denken können, dass das viel zu weit weg war. Aber ich musste schnell raus, weil mein Fahrzeug war beschädigt. Ach du, feindlicher MTB vor uns. Wir haben nicht genug Feuerkraft für einen MTB. Geh nah ran. Wenn du bereit bist, lenke ich das Feuer auf mich, damit du rüber kannst. Verstanden. Tut mir leid. Wir sind halt wie ein GDA. Da werden die Leute rausgeschmissen. Mann, Alter. Jetzt musst du ja wieder ran. Aber das Ding ist ein bisschen schneller. Und ein bisschen besser gepanzert. Trotzdem sind hier sehr viele Minen. Sonntag Mist. Weiter, Gass. Lass dich nicht treffen. Keine Sorge. Ah, fuck. Ich bin gleich dran. Sergeant, du musst näher an diesen MTB ran. Ich bin dran. Ich bin in Position. Okay. Mach dich bereit. Jetzt, Sergeant. Platzier eine Ladung und verschwinde von da, Sergeant. Warte. So, mein Kumpel. Hier, bitteschön. Und runter mit dir. Und zu die Kiste. Ladungen platziert. Links, spring rüber. Ja. Gute Explosion. Jawohl. In der Tat. Captain, wir nähern uns der Grenze. Okay. Nikolai, blockiere sie mit dem Heli. Wie in der Beikett. Gut so, Nikolai. Takt. Oh, hier ist eine Waffe. Auffassen. Laswell und Nikolai sind vor uns. Verstanden. Laswell ist in dem schwarzen SUV, Sergeant. Los. Warte, wir kämpfen uns jetzt vor. Was hat... Was hat mich gekillt? Och, Mann. Wieder so eine unlogische Scheiße. Ach, hier, der Typ. Ab ihn. Boah, die Waffe spielt sich sehr gut. Oh. Oh, scheiße. Hat jemand eine Granate geworfen. Gut, ich gehe weiter vor. Oh je. Der große Typ hier. Der war sehr krass. Was hat mich denn... Ja, come on, Alter. Wie soll ich denn da reagieren? Meine Güte. So. Du siehst aber auch gar nichts. Da kommt er. Schieß, 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 schieß. Gut, hab ich. Ja. Gut so, Farah. Da, da. Hab ihn. Ich gehe los. Kate. Kate! Kate! Aswell, weg! Kate, rüber! Nein! Ruf, der gehört mir! Kontrollieren. Sicher! Kate! Es ist vorbei. Es ist vorbei. Ein Familientreffen. Sieht so aus. Farah. Nette Moos, Laswell. Gleichfalls. Ihr alle. Wir sind in Al-Masra. Hier ist es nicht sicher. Abmarsch! Der Kapitän hat recht. Der Kapitän hat recht. Der Kapitän hat recht. Der Kapitän hat recht. Farah, danke. Das war ich schuldig. Es war ihr andersherum. Dann sind wir quitt. Hoffen wir auf das Glück. Bis demnächst, Käpt'n. Es tut mir leid. Ich konnte sie nicht. John, es ist schon gut. Nein, das war meine Schuld. Ich hätte sie niemals... John, hör auf! Alles gut. Okay. Wir haben größere Probleme. In Spanien gab es keine Raketen, nur die Leitsysteme. Leitsysteme? Wo zur Hölle haben sie die her? Russen. Und wo sind sie jetzt? An den Raketen. Und außer Hassan weiß nur eine Person, wo wir sie finden.